ja und willkommen zurück zu resident evil 4 ja ich habe jetzt zwei wochen nicht aufgenommen so ungefähr ja ich weiß auch gar nicht mehr wo wir so stehen geblieben sind ach so hier okay diese stelle okay das wird was es ist nicht so einfach so als du kannst mal bitte hier stehen bleiben irritiert mich wie immer so ich glaube ja genau da war geld natürlich schon wieder geld ach so und mal wieder was zu lesen luis sera fangen ich habe erfahren dass sera die burg getreten hat warum er von seiner flucht zurückkehrt ist mir unverständlich aber wir müssen die gelegenheit nutzen und ihn fangen die beiden amis holen wir dann wenn wir sera haben anscheinend hat er beim stehlen unserer probe einige impfstoffe mit genommen auf die impfstoffe können wir verzichten aber nicht auf die probe ich bin sicher dass noch jemand noch ich bin sicher dass auch jemand oder noch eine an noch eine gruppe verwickelt ist so wenn diese andere unsere probe bekommt mit die welt nicht das werden was wir wollen wir müssen sehr so schnell wie möglich ergreifen ja wenn ich natürlich genau hier waren schlüssel gefängnisschlüssel ja da kommen wir noch nicht durch ach hier sind noch da könnt ihr mal eben gucken ob ich was kombinieren kann ja könnte ich mache ich auch direkt und moni haben wir eigentlich genug oder ja haben wir okay fürs schrot gibt er jetzt nicht so das werde ich jetzt sparen habe ich ja in der letzten folge jetzt ziemlich verschwendet so erscheinen du bleibst weiterhin hier hierhin verschlossen mensch was für ein zufall dass wir den schlüssel gefunden haben ja du bleibst auf jeden fall draußen du bleibst draußen nachher bist du schon dass ich noch mal alles neu machen muss hat es mal leute wartet mal wartet mal genau nein aber ich habe ich doch das von mir aus perfekt dafür vergeult ich doch ganz gerne einen schuss ich hoffe da sind mehr drin so ach da wieviel ach ja das geht ja hallo mein freund ja er ist blind oh gott er kann uns aber hören ja 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 leute wie mache ich das mit welcher waffen und ich mache das jetzt einfach mit der hier hallo bewegt mich nicht so viel wo ist er wo ist er ich sehe ich hallo wo willst du bist hinter der säule da kann ich doch mal eben nein scheiße nein warum ach man äh ashley nein ich möchte nicht reingehen muss ich das zeug der jetzt wieder runter schießt wahrscheinlich schon ja natürlich toll hallo alter munitionsverschwendung mensch 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 so hält er hat mich direkt umgebracht warum mir noch nie passiert so ja gut vielleicht soll ich mich auch heilen aber er hat doch noch genug nie wisst ihr ich mache das jetzt einfach das ist mir zu heikel und ja sturmgewehr ist nee ich nehme einfach das schruttgewehr das haut eigentlich immer gut rein kann man ja man kann es wegdrucken das machte da okay ich dachte der kann ich hören hey leute ich renne schnell und er hört sich nicht und da muss ich nach ihm sein trottel mann dankeschön er bleibt aber das grünes kraut nämlich noch mal mein freundchen bleibt da wo du bist oder die in eine andere richtung aber sich nicht immer und jetzt schnell weg hier ja ich immer schreie ist ja unnormal schon wieder ist man nicht so laut hallo mein guter ich dachte schon die erste kontakt und hat sich schon waren vorstellungen hier nein 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 nicht mit mir bist du ach da du bist du ja dankeschön und die bitte nicht hoch zu erschleer das wäre nicht ab der ist schon tot warum warum ist das schon bitte tot ich dachte der ist ein bisschen schwerer ich sag nichts ich habe es geschafft und ich bin froh hätte ich jetzt nicht gedacht dass es so einfach geht ich meine ich spiele auf normal also beim modus einfach ist ja klar dass das schneller geht aber hallo warum ging das bei normal jetzt auch so schnell naja egal ich stehe du bleibst hier ich lag eben mal nach ich kann nicht nachlangen alles klar na gut dann wieder die na klar das war so klar da kommt man ein bisschen ja ich möchte keine money verschwenden nein nein sehr gut das war gemein das war gemein ach so ich sollte mal nachladen wo habe ich mich erschrocken ich leute es tut mir leid wenn ich manchmal da so reinschreie aber ich bin sehr schreckhaft so ja was mache ich denn jetzt auf gar keinen fall kann ich auch die pistole nehmen was die feige sau boah ihr seid so ja komm na komm schon oh wow er ist schon tot dankeschön Ashley du kannst herkommen aus ob das nicht entführt wird ach da kommt sie so dann kannst du aber mal hier warten da ist nämlich noch jemand ja ich hatte diese geräusche boah nein zwei oh gott oh gott oh gott oh gott Ashley komm mit komm mit komm mit Ashley bleib mal bitte hier oh gott ey hey leute ach du bist so ein ganz normaler ja da brauchst du auch nicht ausweichen shit oh gott ich will den messern aber nee besser nicht ah du kannst mal bitte sterben dankeschön wow wow oh wow okay da liegt noch geld oh gott leute ich glaube ich weiß was für eine stelle kommt bitte nicht bitte nicht die stelle woran ich gerade denke das wäre echt fies hm mhm weil das hat bei der ist meine ganzen muni so ich glaube ich lach das hallo ach so na komm schon ey egal nein oh gott nein die stelle ok das ist ein bisschen glücklich ich gehe oh gott da kommt schon der erste hallo komm mit Ashley ich möchte nicht dass du irgendwie verschleppt wird so kann schon oh gott leute ne 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 da muss ich auf jeden fall das schrott gewerbt ne sorry aber ok das war es mit meiner muni dafür alles klar wo bist du Ashley oh scheiße oh oh wo bist du oh scheiße nein ja ich komme Ashley ist ja gut oh gott nein ja ich komme Ashley du musst auch zu mir kommen hallo meine Güte boah ist das hektisch oh gott ey ähm äh ok kommt mit Ashley 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 laufe unser Leben oh gott da kommen ja oh Leute oh wo soll ich anfangen Leute ich bin ich weiß nicht was ich machen soll hm man was soll ich machen ja ganz ehrlich komm äh oh und ich glaube auch noch rein oh was soll ich was ich dachte oh mein gott Ashley komm scheiße Ashley wir haben es mal Zeit hier irgendwie mal Pause zu machen ich glaube Ashley ist das denn ernst gerade oh ich habe gar keine Waffe ausgerüstet warum ja Ashley warum bleibst du ich verstehe die Ashley auch Ashley bleibst du ich krieg die Krise komm ich krieg die Krise ich muss Ashley heilen ja komm du kriegst einfach das hier mal Ashley so was muss weichen ähm oh Gott oh Gott Ashley komm 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 ich krieg zu viel ich krieg echt zu viel Leute jetzt mal ernsthaft ey Ashley hey setzt sie dich auch und oh 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 você oh 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 doch nicht wahr sein ich lebe das doch ja ich tue schon was ich kann ich tue alles um die stelle hier stehen das war so klar das war so klar es war dankeschön kann der buch jetzt mal sterben mein gott und das ist ja noch einer irgendwie ja da braucht ja da braucht man sich zu lachen was mache ich denn jetzt noch etwas weiter stehen wie immer kann man bitte ja dankeschön oh gott es schlägt folge mir bitte folge mir auf schritt und tritt leute das geht gar nicht nein leute was soll ich machen was soll ich machen komm es schlägt nein es schlägt scheiße ich muss erste heilen so ein super meine letzte heilung dankeschön ist aber auch fies die stelle ich sollte mal nachladen und gott das sind zwei von diesen paradigmen das ist nicht gut dankeschön ich habe kommen jetzt schlägt war ich habe beide gleichzeitig umgebracht wow aber dass diese stelle ist echt nicht einfach okay gut haben wir jetzt mal ein bisschen ruhe ich hoffe es doch sehr dann hättest du auch noch mal kaputt machen können da sind noch basen und dann gehe ich auf jeden fall runter dann gehe ich auf jeden fall runter als ob das spiel weiß dass ich dringend heilung brauche da ist nichts okay gut dann gehen wir jetzt nach unten aber das war es bestimmt noch nicht da kommt doch der stadt schon da ist jemand bleib mal hier ah natürlich dankeschön Leute ich habe echt nicht viel money ich brauche echt mehr money ok eine granate ist auch gut so oh mein gott ich habe fast äh Pistolen money verschossen das ist nicht gut so oh mein gott Leute Leute von heute so ich bin mal bitte hier hin und bleib mal hier stehen dann sammle ich das hier ein das zeug ich bin am überlegen bringt das was wenn ich jetzt hier raus gehe oh ne okay Ashley komm ne 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 bleib mal bitte hier ähm ja was kann ich tun also granate würde ich auf jeden fall gleich nehmen wenn zu viele kommen ähm ja ich glaube ich in das schruttgeber noch mal oh lad mal bitte schneller nach oh oh ja genau die feige sau haut ab dansche ähnlich aber leu gibt mich verarschen geht ja direkt ich glaube jemand ist hinter mir Okay, doch nicht. Oh Gott. Komm mal mit, Ashley, bitte. Das war keine gute Idee. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Das ist ein Ernst. So, Ashley, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach oben. Da hat man mehr Platz zum Ausweichen. Glaub mir mal. So, Ashley. Ja, du bist zwar nah an der Tür, aber ganz ehrlich. So. Kannst du nicht mal? Oh Gott, da kommt bestimmt was drauf, oder? Kommt da was raus? Nee, das ist ja nicht. Hast du das? Ah, danke schön. Ja, da unten ist auch noch Geld, aber ich lag jetzt erstmal unten. Okay, der hinkt da irgendwie fest. So, ehrlich. Nicht mit mir. Und ja, ich hau ab. Nein, nein. Scheiße. Alles klar. Ich komme, Ashley. Ich komme, Ashley. Ey, weh, du machst mir das nicht hier kaputt. Ich bin so weit jetzt. Oh Gott, hallo, wie schnell sind sie denn bitte? Ey, Leute, das kann man nicht wahr sein. Und was? Nein, Ashley. Ashley, komm bitte hierher. Oh, nee. Kommst du mir, Ashley? Hey, wie bist du? Ashley, kommst du jetzt mal bitte zu mir? Dankeschön. Boah. Das ist ja nicht, das ist nicht normal. Ey. Komm mit. Wie soll ich das machen, Leute? Ey, ganz ehrlich. Ich werde gleich eine Granate. Hallo? Komm mit. Ja, komm, ey, ich werde eine Granate. Dankeschön. Aber du brauchst nicht so zu lachen. So. Ey, der Leon ist so angeschlagen. Ich habe, habe ich überhaupt noch, äh, ja, hab ich. Hab ich sogar. Ähm. Ich nehme das einfach. Äh, ich nehme das Schrotgewehr. Und ich hau erst mal ab, um nachzuladen. So, hier kannst du mal bitte warten. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, da kommt er schon an. Dankeschön. Ach, das ist klar, bitte. Okay, was? Nur wenig Muni habe ich gefunden, alles klar. Ganz ehrlich, hier. Ich guck das. Okay, ich habe das so das Gefühl, das trinkt nicht. Oder doch? Nee. Ah, doch. Ich will kommen, bitte her. Hm. Das Problem ist, ich müsste jetzt eigentlich speichern. Weil da oben kommt jetzt auch nochmal was. Könnte ich rein theoretisch raus? Zufälligerweise. Oh mein Gott, ja, ich könnte raus. Weil ich, sorry Leute, dass ich euch jetzt so rausreiße, aber ich muss auf jeden Fall speichern. Weil da oben kommt jetzt auch nochmal was und ich weiß nicht, wie schnell ich das da oben schaffe, weil ich wollte jetzt auch nicht zu lange aufnehmen, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ähm, ja, keine Ahnung, wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter und ja, bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen. Ich hoffe, die dauert jetzt nicht so lange, wie die andere jetzt hier gebraucht hat. Naja, bis dann Leute, tschüss.